Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S wird unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Toy Echo von Risan und das bekommen wir über eine kleine World Quest. Und zwar sind wir hier schon am Spot, wir sind einmal in Dazar Aloha und zwar hier auf den Koordinaten 49, 59 und dort gibt es eine World Quest, Ragal der Alte und dafür müssen wir einen dicken Rare Dino umboxen und wenn wir den umboxen, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass wir das Toy bekommen über diese World Quest. Ich bekomme jetzt hier Gold, weil ich es anscheinend schon habe. Ich habe das mal einfach so beim normalen World Questen bekommen. Heute wurde ich darauf hingewiesen, hey, da gibt es ja explizit ein Toy. Und ja, ich will euch das mal zeigen, was das kann und zwar hier Echo von Risan. Wenn wir es benutzen, stößt es ein teufelisches Brüllen aus. Das machen wir jetzt mal. Also das ist so ein Dino-Brüllen, da müsste ich den Sound wahrscheinlich noch ein bisschen höher machen. So ähnlich wie der Dino. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Ihr müsst bloß gucken, wenn die World Quest ab ist, einmal machen mit irgendeinem Char, dass ihr das Toy habt und dann habt ihr wieder eins mehr in eurer Sammlung. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Eutela, bis dann. Ciao. Ciao. Und dann